Jo, Tag zusammen, ich bin der Fabian und das hier ist mein 1984er Bulli, der eigentliche Held dieses Kanals. Seit 2010 fahren wir beiden gemeinsam einmal um die Erde, angefangen in Deutschland, dann ging es in zwei Jahren einmal quer durch Asien rüber nach Indonesien, rüber im Schiff nach Südamerika und seitdem von Chile aus durch alle Länder Süd- und Mittelamerikas nach Norden. Auf diesem Kanal gibt es in unregelmäßigen Abständen Videoberichte von mir. Das sind so meine Erfahrungen aus den jeweiligen Ländern, so ein bisschen, was mir so widerfahren ist, was so meine Eindrücke waren, ja, und was sonst auch so durch mein wirres Hirn spukt. Was ihr hier nicht finden werdet, das ist ein Effektfeuerwerk oder auch so Plattitüden wie irgendwie Live Your Dream, ja, fahrt einfach los ohne Plan und doppelten Boden und Unterholen zum Wechseln. Ja, auch mit so Gesülze werde ich euch auch verschonen. Warum? Weil es Gesülze ist, ja. Ja, wenn es euch dürsten sollte, nach Fotos ohne Ende natürlich, nach Wallpapers, nach Dashcam-Videos, nach Infos zum Bully und natürlich Reiseberichten Deluxe, dann findet ihr die alle auf meiner Website, fabiampickel.de. Wenn ihr jetzt Fragen und Kommentare habt zu den einzelnen Videoberichten, dann schlage ich vor, einfach unter das jeweilige Video drunter klatschen. Jetzt würde ich aber erst einmal sagen, Abo, 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 damit wir uns hier auch nicht verpassen. Viel Spaß, tschöö!